Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert aber meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos. Ich werde auch noch Bäume fällen und sägen ohne Ende, klar, aber ich möchte das Ding ja jetzt fertig bauen. Dann in die Mitte kommt Metall und so weiter, Cement, ich habe auch noch Metall in der Werkstatt, ich werde das alles hier drinnen stapeln, LKW rückwärts ran fahren. Und damit ich aber nur noch rausnehmen brauche. Dann brauche ich nur noch rausnehmen, dann ist alles gut. Ah, das hält ja gar nicht mal auf. Ja, sie hat doch nur viel runter. Warte hin. Ein Kommentar. War keiner ausgesperrt? Nee. Wasser und Futter war doch da. Nee, das Wasser war noch von gestern. Und das Futter, das war für den Ofenchen, die wir heute frisch sind. Das Ex haben jetzt noch Futter fast nicht groß angeguckt. Ach, unsere Katzen sind sowas so niedlich. Wir haben fast kein Nassbutter mehr. Gut, dann müssen wir morgen was holen. Bei dem Netto hier gibt es die großen Packungen. Da können wir dann eine holen. Okay. Dann kriege ich das jetzt noch drauf. So. Dann kommen die Metallplatten. Hast du schon wieder Boxen gebracht? Ja. Oh Gott. Weil alle anderen voll sind. Versuch doch mal die Metallschränke zu überlegen. Wie geht das? Geht nicht. Wollte ich ja. No. Also muss ich neue bauen. Ich hab gesehen, später kriegt man Obstpässe. Dann kann man dann bestimmt noch Obst anpacken. Ach ja. Gut. Dann die Boxen hier auf jeden Fall. Die brauche ich. Die kommen auch hier rein. Dann habe ich mir den ganzen Vormittag hier verplempert. Nur um das Auto zu beladen. Ich werde auf jeden Fall auf den kleinen Transporter. Den werde ich voll mit Boxen holen. Weil ich werde die ganzen Wildtiere einsammeln müssen. Ich habe ja einiges geschossen. Aber ich hab die mal lieben gelassen. Die verschwinden ja nicht. Und die Aasgeier kommen ja auch nicht. Gut. Okay. Dann wollen wir mal zumachen und nach Hause fahren. Und dann können wir mal zumachen. So. Schön brav hier. Mach ganz brav. Brav, brav, brav. Sei lieb. Und jetzt bitte volle Kanne hier rüber. Boom. Puff. Und da hat es geknallt. Ja. Ich werde mit dem kleinen Auto definitiv die Wildtiere zum Schluss dann einsammeln. Ah, da ist noch eine Box. Jetzt weiter. Boah. Lauter tote Tiere. Ist ja schrecklich. Und ich war zur Freude hier eins zu sammeln. Ähm. Das war eigentlich ein Frontalschaden mitten ins Haus. Eigentlich müsste ich jetzt in meinem Wohnzimmer schauen können. Aber es löscht. Gut, jetzt kann ich ja wieder raus zu mir. Ähm. Ne, das Auto steht beschissen. So ist besser. Du wirst mal aufgestellt. Äh. Du brauchst mal frischen Tank hier. Wo ist denn hier meine Benzinschleuder? Der kann gleich mal hier rein. Ähm. Hier ist auch noch etwas. Jo, dann haben wir zumindest gleich eine kleine Grundordnung hier. Das kann auch da hin. Okay. Die. Boxen müssen erstmal hier drauf aufs Auto. Und hier ist auch noch so viel Zeug. Da stapel ich jetzt mal alles hier hinten. Alles was hier so rum steht. Weil sonst verlieren wir das irgendwann mal. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann kaufen wir wieder doppelt und dreifach. Ich würde gern die Kohle, aber muss ja nicht sein. Wo ist denn? Oh, die Katze dreht frei. 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 So, ja. Dann steht das schon mal nicht im Weg hier. Da hinten ist ja auch noch was. Okay. Okay. Gut. Klappe auf. Und rein damit. Die kommt. Eine Box muss noch nach hinten zu den Schweinchen. Hier. Die Sau ist noch nicht ganz erledigt. Das sind auch noch Wildtiere. Ach gescheiße, ey. Überall Wildtiere. Das sind auf jeden Fall schöne volle Boxen. Aber ich will definitiv eins probieren, ob man jetzt die Wildtiere auch zum Wurst verarbeiten kann. Doch, ich. Hä? Auf dem Markt habe ich als Bratwurst gegessen. Wildbratwurst. Ich weiß nicht, ob ich gerade was. Ich weiß doch nicht, warum stehen. Ach so. Das hätte der Weg mit einem Normandikot sein müssen. Ach, wer weiß. Wenn nicht, der ist einmal vorm Bürger. Aber was? Wie warst du das für? Bürger. Bürger. Bürger und Bürger, das ist der Hilfigsvorteil. Ja. Ach, jedes Mal das gleiche. So ist es mit den Leuten. Ich fahre hier durch die Flüten 180 durch die Gegend. Eigentlich ist es nur 30, aber das Spiel fühlt sich ja irgendwie 180. Okay, dann kann ich schon mal hier losfahren. Ach, da steht ja auch noch eine Sau. Habe ich da noch Boxen? Drei Stück brauche ich. Ah, zwei habe ich. Ich stelle die zwei erstmal dahin. Vielleicht habe ich ja irgendwo noch etwas Platz. Als irgendwas so eine fette Sau. Mann, ey. Kann das nicht ein junger Sau sein? Das ist eine olle. So ein Mastschwein. Haben wir Probleme mit Schwein? Ja, wenn sie zu fett werden, kann man sie kaum transportieren. Okay.